Was ist meine Wirklichkeit? Ist das Absolute die absolute Existenz? Meine Wirklichkeit oder ist das Relative das Vergängliche? Das Kommen und Gehen, die Transformation, meine Wirklichkeit, ist die Relativität nicht auch absolut? Eine absolute Relativität! Aber was ist jetzt meine Realität? Also meine Wirklichkeit, die Wirklichkeit, die wirkt, was wirkt denn da? Das Absolute wirkt sich absolut aus und ist dabei absolut relativ in so vielen unzähligen Situationen, Formen, Farben, Bewegungen und Klängen. Ja, und dann benutzt das Relative, dieses Nicht-Ich-Bin-Der-Hier-Gefühl, um auch da eine relative Erfahrung drin zu haben. Ja, ich, 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 wer bin ich jetzt in dieser absoluten Relativität? Auch nur eine Erfahrung? Ich wollte doch einfach nur wissen, was meine Wirklichkeit ist. Ja, ich, 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 gut, gell, jetzt weiß ich gar nichts mehr. Und auch das weiß ich noch. Tschüss!